Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Einmal über die Feiertage wollte ich mich melden mit einem kleinen Update. Ihr kennt ja sicherlich noch das 100-120 Liter Becken hier. Das hat eine Tiefe von ungefähr 60 oder 40 und eine Länge von 1,20. Höhe circa, naja gut, wenn es dann richtig befüllt ist, könnt ihr ja euch ausrechnen, so 20 Zentimeter, 25 Zentimeter und ich habe das vor ein paar Tagen einmal von den ganzen Pflanzen befreit, habe die anderen Pflanzen von den kaputten Blättern befreit und habe hier auch das Silikon abgemacht und habe neuen Kies reingesetzt, also reingemacht, das ist so ein Sansibar Black und ich habe auch fast alle Rückstände von der Teilung abgekriegt, bin eigentlich relativ zufrieden, muss mir aber nochmal ein neues Messer holen, um das nochmal ganz wegzumachen. Und ich wollte dieses Projekt mal so ein bisschen begleiten. Ich weiß nicht, inwieweit ich das jetzt täglich schaffe, was zu machen. Ihr hört sie im Hintergrund, meine Kleine ist jetzt immer mit im Fischzimmer, hat auch gerade fleißig die Fische gefüttert. Die binde ich jetzt gerade so ein bisschen ein, die Arbeit. Und wir müssen jetzt natürlich einmal nochmal eine Grundreinigung machen hier. An den Scheiben hat sich viel abgelagert, an Algen. Ihr seht von da hinten sieht man es ganz besonders. Und der Filter läuft jetzt wieder richtig. Den hatte ich nämlich zwischenzeitlich ausgemacht, weil irgendwie war so viel Unrat hier drin, nachdem ja hier die 300 Babys drin waren. Da habe ich das ja hier gar nicht mehr angefasst und habe es einfach vor sich hinvegetieren lassen. Das war eigentlich ein großer Fehler, aber war nicht anders möglich. Und jetzt muss ich mich natürlich hier um Pflanzen Gedanken machen. Also der Hauptaugenmerk soll hier diese Wurzel sein in der Mitte. Es sollen wahrscheinlich Beta Rubra oder was anderes rein in die Richtung. Ich bin mir noch nicht sicher, weil da oben sind ja die Simplex drin. Und hier soll irgendwas anderes Wildes rein, tatsächlich. Ihr könnt ja mal eure Ideen hier in die Kommentare schreiben. Das Becken hat dann so um die 100 Liter. Und natürlich durch die besondere Fläche ist es etwas schwieriger mit den Pflanzen. Ich habe ja hier diese Enchidorus und die... ähm... ähm... äh... die... ihr wisst schon... die Vaseline... Jaaa... Vaseline... drin. Und die sind eigentlich total ungeeignet für das Becken. Um das jetzt mal sauber zu machen, habe ich das jetzt nämlich einfach alles abgeschnitten. Aber das wächst ja zum Glück nach. Nein. Und äh... ich wollte auf jeden Fall kleinbleibende Pflanzen. Nein. Ähm... Hier oben habe ich ja die... ähm... ja... jetzt kommt mir den Namen. Habe ich hier diese. Die finde ich ganz toll. Die werde ich auch wieder rausnehmen. Und die als Bootdecker. Und dann die... Wortfindungsstörungen. Ihr wisst es ja. Ich bin auf jeden Fall schon wieder ein bisschen zufriedener mit dem Becken. Da ist auch wieder einen neuen Filter drin. Und habe das Ganze hier ein bisschen hintergezogen. Ja, also von dem Becken werde ich ein paar Pflanzen rausnehmen. Wenn ihr aber noch ein paar Ideen habt, dann äh... schreibt mir gerne in die Kommentare. Auch was so Wildbetters angeht. Und ich zeige euch jetzt nochmal von hier das Becken. So von der Fläche her. Also hier vorne sind schöne tiefe Flächen. Ob die Steine und das Layout so bleibt, weiß ich noch nicht. Ähm... und hier ist halt eine große Fläche. Okay. Also ich weiß auch noch nicht, ob ich die Wurzel irgendwie anders drehe. Ich bin froh, dass sie jetzt nicht trocken geworden ist und auftreibt. Weil es hat ewig gedauert, bis die geschwommen ist. Und ihr seht, den Wasserwechsel muss ich auch nochmal machen. Nachdem ich hier den Kies reingemacht habe vor ein paar Tagen. Hat sich hier so eine Ölschicht gebildet. Die ist jetzt nicht schlimm, aber so eine Karmenhaut schon fast. Aber muss ja nicht sein. Also das Becken wird nochmal richtig schön gesäubert. Ähm... ja und ich habe jetzt schon wieder so lange um den heißen Brei geredet. Aber ich weiß, dass ihr das mögt, wenn ein neues Video wenigstens kommt. Deswegen ähm... schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch so vorstellen könntet. Vielleicht mache ich hier so eine Art Community-Becken draus. Ähm... ihr seht ja, das Grundlayout steht. Ich kann leider nicht von oben so richtig filmen. Ähm... und... ich werde jetzt das mal nur aufräumen. Die Abdeckung muss ich auch nochmal sauer machen. Ihr seht, da waren ganz viele äh... ähm... Dinger drin. Enten-Prozent nennen wir das ja. Wasser... Wasserlinsen... so. Wasserlinsen... ach... ich... Also ähm... alle die auf Facebook in der Gruppe sind und so weiter, die haben es schon mitgekriegt. Wir erwarten unser zweites Baby und ich bin... mein Kopf ist Matsche. Alle die eine Frau haben oder selbst Frauen sind, die schwanger waren, wissen ja wie das ist. Deswegen kommt auch grad nix an neuen Videos. Weil wenn ich mich vor die Kamera setze und anfange zu sprechen, selbst mit Textvorlage... äh... das kann ich nicht veröffentlichen. Ja, das hier geht jetzt noch. Das ist ja ein kleines Video. Aber ja... auf jeden Fall habe ich hier wieder meine äh... Couch mit dem Hund, der sich ständig leckt. Und äh... hier ist auch wieder alles schick. Und... ja... Genau, schreibt es mal in die Kommentare. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Restfeiertage. Und auf jeden Fall auch einen schönen Rutsch ins Jahr 21. Was wahrscheinlich genauso chaotisch wird wie das letzte. Genau, in diesem Sinne. Macht's gut. Ciao!